Ich bin Thomas Hess und unterrichte hier Kamera Acting. Es ist einfach so, dass innerhalb der Schauspielkunst das Schauspiel vor der Kamera ganz spezielle Anforderungen braucht. Es ist sicher irgendwie, man agiert anders, wenn eine Kamera noch einmal da ist. Wenn man weiss, jetzt kommt es darauf an. Man muss bereit sein, auch ein Stück weit für sich selber persönliche Grenzen zu überschreiten. Mit Emotionen, mit Grenzenüberschreitungen, mit Extremsituationen. Wer Kraft hat, wer den Mut hat, den Mut finden kann, den eigenen Weg zu gehen. Das würde ich auf jeden Fall unterstützen. Das habe ich auch selber machen müssen und es auch nie bereut. Man muss auch im richtigen Moment die richtigen Leute mit den richtigen Leuten zusammenspielen. Aber bis dahin kann man jemanden gut begleiten und schauen, dass er etwas lernt und dass er bereit ist, wenn der Moment kommt, dass er ihn dann auch ergreifen kann. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's.